Hey Leute, wir machen etwas, was ich eigentlich noch nie so würdig gemacht habe, vielleicht mal irgendwann zwischendurch. Und zwar nennt sich das YouTube-Kommentare-Kommentieren. Zu diesem Video, Yumi ist ein schwerer Champion, also laut Riot ist Yumi ein schwieriger Champion. Habe ich hier Kommentare unter meinem Video gesehen, wo ich Kopfschmerzen kriege, wo ich teilweise in Frage stelle, wie schlau einige Menschen sind. Es gibt natürlich jeder, welche sagen, Sylvie, du hast recht, Sylvie, du hast nicht recht und so weiter und so fort. Natürlich will ich nicht sagen, dass ich der ultimative Gott bin und irgendwie immer recht habe oder so. Darum geht mir das auch gar nicht, sondern eher um das generelle Verständnis von dem Yumi-Problem selbst. Einige haben gesagt, ja, muss ich recht geben. Als Yumi rauskam, 2. Games, dann kamen die 0-2-30-Runden. Bin Gold, Elo, aber auch 2. Games, Yumi vernünftig spielen zu können. Da hast du nichts schwer dran und so weiter und so fort. Dann wird sich auch noch über Stand-Up beschwertet, ist doch fein. Aber jetzt gibt es hier generell auch nochmal ein paar andere Probleme. Wie sich alle um einen nutzlosen Heal-Champion aufregen. Soraka, Jena, Sona, Silas mit Hard-Mass CC und andere, die sich mit einem Heal umreden können, sind aber völlig fein. Ich hoffe, Yumi wird eure Elo zerstört, ihr nutzlosen Assassins bin ich eingeschlossen. Soraka, Jena und Sona sind auch nervige Champions auf ihre eigene Art und Weise. Hier ist aber das Wichtige, ich kann aktiv etwas gegen diese Champions tun. Leute, wenn ich Rengar spiele, ich one-shot am liebsten Assassins. Ich one-shot am liebsten die Supporter. Supporter haben viel mehr Impact, als die meisten ihnen Credits geben wollen. Was ich persönlich schade finde. Ich finde, Supporter sollte man viel mehr würdigen. Gerade auch in den Loring-Illos ist es so. Dass man sagt, Support, du bist eh nur meine Bitch. Silas passt irgendwie nicht rein, über den will ich jetzt gerade gar nicht reden. Aber auch wenn diese Champions massiv hochrehen können, massiv peelen können und so weiter, kann ich aktiv gegen sie etwas machen. Ich kann sie umbringen. Ich kann sie catchen. Deswegen finde ich den Vergleich hier kacke. Ich persönlich spiele auch immer mal wieder eine Runde Yuumi und mein einziges Problem war, Vision zu platzieren. Das ist aber ein Problem, das ich generell habe. Ich denke aber auch, dass vor allem Spieler Yuumi zocken, um Elu zu machen und nicht hier, um Elu zu machen und nicht, weil es ihnen wirklich Spaß macht, Yuumi zu spielen. Das ist subjektiv, ob es ihnen Fun macht oder nicht. Aber es gibt Temp-Elu-Player. Das sind Spieler, die einfach nur Broken Sachen spielen, um temporär Elu zu machen und nicht, weil sie gut sind. Denn alles, was du machst, ist Tab drücken, den gefielten Spieler in deinem Team entdecken, W drücken und dann einfach Q und E spam. Ist ein bisschen übertriebener aus, aber stimmt, hätte ich es gesehen. Aus diesen Gründen denke ich, dass Yuumi kein guter Champion für das Spiel ist. Stimme ich grundlegend einfach mal mit zu. Den einzigen Skill, den Yuumi hat, ist jetzt einmal kurz rauszugehen, zu Ortec und mit W wieder reinzugehen. Das war's. Das ist der einzige Skill, den ein Yuumi-Spieler braucht. Jetzt hier ein sehr interessanter Kommentar. Spielt einmal Yuumi, bevor ihr darüber kommentiert. Leute, ich habe oft genug Yuumi gespielt, als sie noch rausgekommen ist. Muss denn jeder Champion ein Skill-Champion sein? Darf doch einfach sein. Das stimmt, Leute. Nicht jeder Champion muss ein schwieriger Champion sein. Ist doch komplett fein. Soraka, Leona sind einfacher als Yuumi zu spielen. Das stimmt nicht. Das stimmt mal gar nicht. Ich muss mit Soraka auf meinen Gegner wirklich vorgehen und ihn aktiv poken. Und nicht auf Kuhlauf drücken und eine Maus ziehen. Ich muss als Soraka meine Kuh treffen, damit meine W vernünftig hielt. Ich muss als Soraka auf mein Positioning aufpassen. Ich muss als Leona darauf achten, dass er Engage stimmt. Dass ich richtig stehe in Bezug zu meinem ADC. Weil Soraka muss ja auch nochmal Sachen vernünftig dodgen. Ja, man kann auch nicht jedem irgendwie immer folgen. Und muss man auch nochmal Schuhe kaufen. Das heißt, Yuumi kommt früher an ihre Items ran. Digga, wie kommt man darauf zu sagen, dass Leona einfacher ist als Yuumi? Also ich will nicht sagen, dass Leona schwer ist, ja. Aber die Skillsets, die eine Leona haben muss, sind mal tausendmal größer. Ich muss warp. Ich muss peelen. Ich muss wissen, engage ich jetzt oder peel ich jetzt, ja. Ich muss gucken, dass wenn ich engage, dass mein Team auch in einer Position ist, um mir Vorlaub geben zu können. Ich muss roam gehen können, Leute. Ich muss mehr wissen als, oh mein Gott. Ich hole mir Athenes und dann Abendcensor und dann Redemption. Digga, sag mir doch bitte nicht, dass Leona einfacher ist als fucking Yuumi. Wenn du mit Yuumi ein Stun bekommst, soll es dann sein, ist sie zu 80% tot. Ja. Und wie oft gibt es denn das Zeitfenster, wo ich eine Yuumi Stun kann? Richtig, Leute. Wenn sie sich für eine Sekunde, alle 10 Sekunden mal dafür entscheidet, rauszukommen. Wann denn sonst? Ja, außer du machst einen Skillset-Sidestep. Technisch gesehen stimmt das. Aber wie groß ist das Zeitfenster? Soraka kann ich technisch gesehen immer töten. Jenna auch, Sona auch. Wir achten jetzt mal nicht auf das Positioning, ja. Yuumi kann ich nur dann töten, wenn sie rauskommt. Das war's. Sie ist keine Leblanc oder Aurinenzold, aber einfach ist sie nicht. Kannst du mir sagen, was du willst. Also Yuumi ist giga einfach. Digga, ich schwöre euch, Leute. Ich schwöre euch. Wenn ihr Yuumi nicht könnt, dann seid ihr mega casual. Ist doch okay. Habe ich doch kein Problem mit, ja. Es geht auch nicht darum, dass Champions nicht einfach sein dürfen. Die Frage ist aber, wie viel stecke ich in einen Champion rein und wie viel kriege ich raus? Master Yi, Leute, ist ein klassischer Low-Elo-Champion. Wenn ihr euch mal die Statistiken von hier anschauen solltet. In Low-Elo hat er eine hohe Win-Rate und je höher wir kommen in der Elo, desto weiter geht sie nach unten. Deswegen ist sie ein Noob-Stomper-Champion. Ja. Weil die Leute wissen nicht, wie man dagegen spielt. Bei dem Falle Yuumi, Leute. Oder als Beispiel. Wir haben dort den Yi. Und dann haben wir nochmal die Riven. Ja. Oder, nee. Lass mal andere Beispiele nehmen. Wir nehmen mal Wawik-Jungle und Lee Sin-Jungle. Wawik kann jeder ohne Hände spielen. Alles cool. Kein Problem. Ja. Die Hürde in der Elo-Comps hat er es technisch gesehen schwieriger. Und weniger Leute spielen ihn auch. Ja. Weil er nicht ganz so rewarding ist, wie zum Beispiel ein Lee Sin. Mit Lee Sin stecke ich viel mehr Zeit rein. Ich habe aber auch viel mehr maximales Potenzial, das ich rausbekommen kann. Wawik ist aber immer noch okay in den höheren Edos. Finde ich völlig in Ordnung. Nur weil ein Champion leicht zu spielen ist, heißt das nicht, dass man damit nicht High-Elo kommen muss. Ja. Aber, wenn ein Champion mega piss einfach easy zu spielen ist. Mega, mega piss einfach easy zu spielen ist. Und eines der brokensten Designs hat, dann stimmt etwas nicht. Weil ich für wenig Arbeit zu viel rausbekomme. Viel zu viel rausbekomme. Das ist das Problem. Nicht, dass der Champion einfach ist. Sondern er ist zu rewarding für dummes Gameplay. Ich weiß doch gar nicht, wie man hier wirklich schreiben kann. Aber es ist nicht einfach zu spielen. Kannst du mir sagen, was du willst? Ey, Michel. Oder soll, glaube ich, Michelle sein. Wenn du neu angefangen hast, Lee damit zu spielen, ist fine. Yumi hat doch ein einzigartiges Skillset. Im Vergleich zu anderen Champions, ja. Aber es ist ein sehr leichtes, mega leichtes, einzigartiges Skillset. Was du in zwei, drei Games im Normalfall draufhaben solltest. Ja. Es sei denn, du bist der mega casual, der nicht so oft spielt. Ja. Ist ja auch okay, bad zu sein in dem Game. Ähm. Ich mag Yumi. Sie ist meiner Meinung nach anders gebalanced. In Low-Elo, äh, traut der einem, dem anderen Mate nicht. Können es nicht einschätzen oder verkaufen nicht. Ist natürlich ein Problem, ja. Es ist ungewohnt für einen Low-Elo-Spieler, mit einer Yumi zu spielen. Denn du musst wissen, wie du die Yumi benutzt. Du benutzt die Yumi, wenn du ihr Host bist. Oder sie wisst einfach nicht, wie sie funktioniert, ja. Da Yumi auch noch hart skaliert, was für einen Supporter jetzt üblich ist, ist es noch ungewohnt. Da stimme ich völlig zu. Ja, wobei Yumi davor nicht, ähm, nicht schwer war, selbst zu spielen. Sondern sie war auch innerhalb der Laning-Phase wirklich sehr, sehr strong. Ähm, jetzt ist sie momentan weaker, das auf jeden Fall. Aber ich finde, das jetzige Balancing war ja auch nicht ganz fein. Alleine macht Yumi halt gar nichts. Und wenn dein Mate Yumi nicht nutzen kann, bringt sie genauso wenig. Yumi ist in Low-Elo-Cold-Flip. Entweder du hast einen ADC-Junglet, der weiß, was du machen kannst. Oder du bist lost. Stimme ich völlig zu. Ist es das Problem von Yumi, dass sie in den Loweren Elos vielleicht nicht die beste Winmate hat? Ja. Oder ist es das Problem der Spieler, die sich nicht damit beschäftigen? Wenn ich eine Leona als Mate habe, muss ich mir um die Leona keine Gedanken machen. Die Leona spielt für sich selbst. Wenn ich eine Yumi habe, spiele ich mit für die Yumi. Ja. Ähm. Oh, gutes Kommentar. Nur weil es ein Problem für Low-Elo sind, heißt es nicht, dass dieses Problem nicht existiert. Und nur weil du in der Mid-High-Elo bist, heißt es nicht, dass diese Probleme albern sind. Grundlegen. Und das. Außerdem ist es doch nicht schlimm, wenn es ein Champion gibt, da Neueinsteiger etwas sehr Sinn ist haben und sich vielleicht nicht auf ideale Art und Weise erstmal ein paar Kleinigkeiten ins Spiel hineinfinden. PS, wie Vera F. Birke Biel schon sagte, Rechtschreibfehler sind egal, solange man versteht, was man sagen will. Denn auch mit Rechtschreibfehlern ist es eine Art der Kommunikation. Grundlegen stimmt das hier total. Hier geht es aber wieder um Zeitinvestment und Reward. Ein Champion, der grundlegend so einfach ist, keine mechanischen Anforderungen hat, schon minimales Decision-Making braucht im Vergleich zu anderen Champions, darf nicht die anderen Champions so krass ausscheinen, so wie es Yumi getan hat. Das ist doch das Hauptproblem. Leute, stellt euch vor, jeder Champion ist Yumi. Es gibt für jede Lane ein Champion, der ist wie Yumi. Du musst nichts drauf haben. Bam, Alter, du kommst High-Elo. Du musst dich mit zwei oder neun Mechanics auseinandersetzen, die nicht mal schwer sind. Du hast einen Broken Champion. Findet ihr das dann fair? Findet ihr das dann rewarding? Ich meine, Yumi kann so stark sein, wie sie möchte. Es müsste aber mehr Openings dafür da sein, um sie punishen zu können. Das Soraka-Yumi-Beispiel wieder. Soraka kann sehr gut healen. Ja, sie kann auch sehr nervig sein. Ich kann sie jederzeit punishen, technisch gesehen. Yumi nur dann, wenn sie sich entscheidet, rauszukommen. Und ich kann ja nicht die ganze Zeit meine Spells aufbewahren für 10 Jahre und darauf hoffen, dass Yumi rauskommt. Steht ihr? Leute, ich wette, ich könnte zwei Accounts gleichzeitig spielen und mit dem einen spiel ich Yumi. Ich mach ein Video, Leute. Ich spiel zwei Accounts gleichzeitig. Ich spiel Yumi mit meinen Füßen, Digga. Ihr meintet auch deine. Wie Yumi soll ich daran erinnern, dass der eine Dude in Apartheid geklimmt ist, indem er mit seinen Händen ADC gespielt hat und mit seinen Füßen Yumi gleichzeitig... Gleichzeitig. Nee, 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 nicht Brainhead. Das krieg ich auch hin. Locker, ich kann Yumi mit meinen Füßen spielen, Leute. Locker. Ich mach... Digga, Leute, wir machen ein Video. Ich mach ein Video. Ähm... Ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Als ob irgendein Heal- oder Shield-Support nicht komplett Braindead ist? Wollt ihr mir erzählen, dass Soraka, Lulu, Jenna oder so eine komplexe Designs haben? Ähm... Es geht hier nicht unbedingt um komplexe Designs. Vielleicht hab ich's in dem Video falsch drübergebracht. Ja, aber dazu kommt wirklich. Mit jedem dieser Champions drückst du letztendlich auf eine Taste und hältst das fette Kind im Team am Leben. Das Einzige bei Yumi ist, im Gegensatz zu den anderen Champions kannst du sie nicht fokussen und hast dadurch deutlich weniger Möglichkeiten, sie zu punishen. Ich zum Beispiel spiele aus Prinzip Yumi, wenn man ACS einloggt, da wir so eine absolute Free-Dame bekommen. Ist völlig in Ordnung. Ist völlig... Leute, das stimmt hier. Ja? Heal- und Shield-Supports sind, wenn man als Spieler darauf achtet, mega Braindead. Ich finde auch, es gibt zu viele Heal in League, ja. Das liegt nicht unbedingt an diesen Supportern selbst, sondern einfach generell am Game. Es gibt zu viele gute Leiste-Items. Es gibt Conqueror, es gibt Ravenous Hunter, es gibt Taste of Blood, es gibt die Potions, es gibt Cookies nochmal, es gibt Time of Tonic. Ähm... Es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, sich zu healen. Aber darum geht es noch. Der Gegner kann Heilung haben, der Gegner kann Braindead-Champions haben. Aber gebt mir doch bitte die Möglichkeit, diese wirklich zu punishen. Mehr ist es nicht. Raven ist sich eigentlich so ein großer Yumi-Hater. Ich habe im letzten Patch immer... Ich habe immer Yumi gebannt, Leute. Mittlerweile banne ich immer Senna, weil Yumi hat schon einen auf die Fresse bekommen. Ähm... Aber ich habe Yumi Ewigkeiten gebannt, Leute. Und wenn ich es immer nicht gebannt hatte, habe ich es immer bereut. Ja? Ähm... Sonst gab es hier, glaube ich, nichts Interessantes, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm... Warte hier. Low-Elo-Probleme sind aber dann Probleme, die etwa 86% der LoL-Spieler haben. Wenn man sich die Solo-Cue-Verteidigung anschaut. Stimmt natürlich auch. Ist natürlich immer so eine Frage vom Balancing. Wie balance ich einen Champion? Muss er denn in beiden Elos viable sein? Die Frage ist nur, ab wann wird dieser Champion toxisch? Leute, wenn ich mir Garen's Winrate zum Beispiel mal anschaue. Garen hat eine sehr toxische Winrate. Moment kurz. Moment. Damit ihr es mal kurz sehen könnt. Ich finde, Garen ist momentan ein sehr toxischer Champion. Also, Ranked's Only EU-West. Ja. 53% Winrate auf 20% Pickrate. Mega broken in Low-Elo. Bronze Plus. Selbe Spielchen. Silber Plus. Selbe Spielchen. Old Plus. Leute, 20% Pickrate ist sehr hoch. Für Top-Lainer. Bei Ardicis ist es gängiger. Weil dort nur in der Regel so 3-4 Ardicis gespielt werden. Für Top-Lain ist es krass. Gold. Immer noch. Sehr, 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 sehr stark. Platin. Sehr, 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 sehr stark. Und dann, in dir, geht es hier dann momentan Richtung nach unten. Ja. That's fine. Der zweite. Aber Garen dominiert 3... Oder ist es Platin? Platin ist noch sehr gut, ja. Aber von Iron bis Gold dominiert Garen mega hart. Ich weiß gar nicht, wie es überhaupt noch im Master aussieht, ja. Das heißt, Garen bräuchte technisch gesehen einen Nerf für Low-Elo. Warum? Er ist nicht stark. Er hat Broken-Status erreicht. Und dann in dir ist er unten. Das ist fine. Ja. Nerf ihn ein bisschen für Low-Elo. Ich persönlich würde seine Wee ein bisschen nerven, ja. Oder, ja, die Resistenzen, die er bekommt, würde ich ein bisschen senken. Das ist zu stark. Für Low-Elo. Wenn es aber so ist, in andersrum für Yumi, dann ist es auch ein Problem. Champions dürfen stark sein. Sie dürfen aber nicht auf diesen Broken-Threshold kommen. Und dort kommt Yumi, oder die alte Yumi, dort sehr leicht hin. Ja, Yumi vor dem Nerf. Ich spiel sie mit dem Fuß, Leute. Ich spiel sie mit dem fucking Fuß. Aber, yo, ich wollte nochmal so kurz auf die YouTube-Kommentare eingehen. Ich habe, Leute, ich habe Kopfschmerzen bekommen, als ich das auf meinem Handy gesehen habe. Musste ins in dieses Video machen. Und jetzt könnt ihr eure Meinung nochmal dazu schreiben, ja. Ich mache es einfach mit dem Fuß, Leute. Ich bin dann aber auch erst mal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal. Oh, boy. Oh, boy. Das war's.